Ich finde, die Europawahlen sind generell eine super Sache und ich finde, da sollten sich halt viele Menschen für engagieren und wählen gehen. Naja, zu den Bundestagswahlen gehe ich zwar, aber zu den Europawahlen, ganz ehrlich, habe ich jetzt nicht so groß Interesse. Ich denke mal, ich werde wieder auf den Wahl-O-Maten zurückgreifen und dann erstmal da meine Fragen beantworten und dann quasi daraus mehr oder weniger schließen, wen ich wähle oder nicht wähle. Aber ich möchte auf jeden Fall wählen gehen. Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man wählen geht, Hauptsache darum, dass man halt den ganzen rechten Parteien einfach keine Chance gibt. Mit den Europawahlen habe ich mich bis jetzt noch nicht so viel befasst, deswegen kann ich da jetzt gerade nicht so viel zu sagen. Ich werde auf jeden Fall wählen gehen, weil ich wählen wichtig finde, aber ich fühle mich nicht so ganz aufgeklärt darüber, wie die Europawahl eigentlich abläuft. Die Europawahlen sind mir total egal.